Entschuldigen und verstecken oder mutig und selbstbewusst sein. Schau dir WooHoo's neues Video über das schüchterne Mauerblümchen gegen die kühne Diva an. Was? Willst du auch den Aufzug nehmen? Nein! Danke, ich nehme die Treppe. Hey, geh mir aus dem Weg! Meine Nachbarn oben feiern wieder eine Party. Ich kann nicht schlafen. Ich sollte sie bitten, still zu sein. Oder vielleicht sollte ich es nicht tun. Ich würde lieber einfach im Bett bleiben. Oh, meine Kissen ergeben schöne Ohren, Schützer. Jetzt kann ich schlafen. Meine Nachbarn feiern eine Party? Ich werde mal nachsehen, was los ist. Sie müssen sehen, wer hier der Boss ist. Hey, Nachbarn! Ich bin die Königin der Party! Ähm, eure Hoheit! Können wir wieder nach Hause gehen? Eure Pizza, Leute! Ich bin so hungrig! Warum isst niemand etwas? Es ist unangenehm zuerst zu essen. Ich schneide einfach ein winziges Stückchen ab. So denkt niemand, dass ich unhöflich und gierig bin oder das Essen in Beschlag nehme. Was geht? Oh, süß! Pizza! Endlich! Komm her, Süße! Was? Ich könnte ein Pferd essen. Und ich werde diese Pizza auch essen, wenn ihr euch nicht beeilt. Die schüchterne Alice hat ihren Spind perfekt organisiert. Komm schon, rein mit dir! Ron, das Spind sieht aus wie eine Mehlhalde. Aber ich kenne einen Trick, wie man schnell aufräumt. Nur ein bisschen Dynamit. Und jetzt habe ich eine Tonne freien Platz in meinem Spind. Keine Tinte mehr? Oh nein! Ich kann niemanden um einen Stift bitten! Denk nach, Alice! Denk nach! Lass den Stift auf den Boden fallen und lenke Ronda ab. Sie wird sich hinunterbeugen, um ihn zu holen. Und ich werde einen Stift von ihrem Schreibtisch nehmen. Sie wird ihre Nachbarin nach einem Stift fragen. Und das Ergebnis ist, ich werde einen neuen Stift haben, mit dem ich schreiben kann. Aber der Plan scheiterte. Ronda hat auch keine Tinte mehr. Hey, Professor! Ich nehme einen Stift! Diesen hier, danke! Ein schüchternes Mädchen würde nie so ein Risiko eingehen. Entschuldigung, ich habe heute mein Haustier mitgebracht. Oh, er ist so süß und flauschig. Bezaubernd! Jeder liebt dich so sehr, kleiner Kerl! Dieser Wonne-Poppen ist der Star der Klasse! Was? Warum bin ich nicht der Star der Klasse? Hallo? Gut, ich zeige dir etwas Cooleres als einen Hund. Sagt Hallo zu Timmy, Tarantula, alle! Wie bitte? Keiner mag ihn! Das ist seltsam! Hm, du bist wirklich süß und flauschig! Die schüchterne Alice ist zwei Minuten zu spät zum Unterricht gekommen. Oh nein, der Professor hat schon angefangen! Ich kann nicht einfach reingehen und den Unterricht stören. Fernunterricht! Ich kann ziemlich gut vom Flur aushören. Wie spät ist es denn? Wir haben vor zehn Minuten angefangen. Es ist die perfekte Zeit, um in den Raum einzubrechen. Mutige Mädchen sind immer zu spät. Ciao, Professor! Bereit zu bestellen? Die schüchterne Alice bekommt immer das gleiche wie ihr Freund. Aber dieses Mal hatte sie kein Glück mit ihrer Bestellung. Was ist das? Ein Burger mit Sahne? Du hast wirklich einen interessanten Geschmack. Du kannst auch meine Portion haben. Ein tapferes Mädchen bestellt für sich selbst. Du brauchst nichts. Wir wechseln uns mit Diäten ab, stimmt's, Häschen? Noch 20, pummeliges Häschen. Verbrenne diese Kalorien. Puh, diese Tüten wiegen eine Tonne. Aber es wäre seltsam, um Hilfe zu bitten. Schüchterne Mädchen werden einen anderen Weg aus der Situation finden. Ich glaube, ich sollte mit dem Kaffee trinken aufhören. Es ist sowieso schlecht für mich. Es ist immer noch schwer. Ich lasse das auch hinter mir. Und das. Und das. Ihr könnt Alices Weg zurück nach Hause finden, indem ihr der Spur des Essens folgt. Oh, jetzt ist das viel leichter. Ein tapferes Mädchen wird niemals ihre eigenen Einkäufe tragen. Halt! Kannst du mir helfen? Super schnelle Lieferung! Gut mitgedacht, Ronda! Oh Gott, ist mein Hemd zu tief ausgeschnitten? Nein, der IQ von dem Typen ist zu niedrig. Willst du mal nachpfeifen? Mädchen stehen füreinander ein. Mädchen stehen füreinander ein. Die Natur kann einem schüchternen Mädchen helfen. Kellner! Hey du! Ich brauche Wasser. Hm, es sieht so aus, als hätten die Kellner andere Prioritäten. Was für ein nerviger Kunde. Jetzt bist du dran, ihr zu helfen. Ich will auch nicht. Lasst uns Schere, Stein, Papier spielen. Ein tapferes Mädchen wird nicht zweimal fragen. Wasser in einem Aquarium? Perfekt! Auf euch, Jungs! Glaube ich habe einen Fisch verschluckt. Haben dir unsere sehr unterschiedlichen Mädchen gefallen? Dann kommentiere unten und sag uns, ob du mehr mit der schüchternen Alice oder der tapferen Ronda verwandt bist. Und ihr Leute, abonniert unseren Kanal, liked dieses Video und klickt auf die Glocke. Verpasst keine urkomischen neuen Videos von WooHoo!